Hallo liebe Leute, willkommen zurück zum Let's Play von Mount & Blade Warband. Wir haben das letzte Mal richtig gut die Nords verarscht und heute werden wir den Nords noch ein bisschen mehr zeigen. Wir machen aber noch eine kurze Quest, das mit dem Geld, äh mit den Rindern, stimmt. Und nicht Geld eintreiben, nein, Geld eintreiben ist sowieso eine Quest vom König oder von den anderen, was soll ich sagen? Ich glaube ich brauche 6, nein 5. Nein, 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 nicht hier doch, nein, nein, packt nicht herum bitte, nein, nein, ihr solltet nicht backen. Die haben manchmal einfach ein fehlendes, ich weiß nicht wohin ich soll und dann gehen sie einfach irgendwo hin. So, Quest erledigt. Jetzt haben wir noch mehr Reputation. Meine Damen und das Dorf ist dankbar für eure Hilfe. Durchschnitt ist es sogar jetzt geworden, okay. Mit den 5 Rindern die ihr gebracht habt können wir nun eine eigene Herde züchten. Nein, ihr habt nichts, Vorräte. Ja, das bleibt. Wo haben wir jetzt die Ding, die Schule, äh, die Mühle. Ist das die Mühle? Ich glaube das Haus war noch nicht da, gell? Dann ist das die Mühle. Was sollte denn das für eine Mühle sein? Na, schauen wir uns mal hier hinten oben. Irgendwo muss doch die Mühle sein. Keine Ahnung. Nein, ich glaube das Haus war da schon, sonst sieht das Dorf ja unfertig aus. Irgendwo muss doch die Mühle sein. Ich habe gemeint, ich habe eine Mühle gebaut. Wo ist sie denn hin? Vielleicht hier unten? Hallo? Keine Ahnung. Was sieht denn aus wie eine Mühle? Hä? Ich verstehe das nicht. Das ist doch keine Mühle. Was ist das? Das war ja schon am Anfang hier. Entweder das oder das. Hier rein kann man auch nicht. Nö. Ist ja nichts drin. Ja, entweder ist es jetzt nicht, dass es nicht angezeigt wird oder es ist ein Fehler bei diesem Dorf. Aber ich habe nichts bekommen. Und scheinbar ein Ding bekomme ich ja auch nicht. Ein Wachtturm, oder? Wie lange geht das noch? 35 Tage? Die Bevölkerung befürwortet euch sehr. Was sollen wir jetzt noch machen? Wollen wir jetzt kurz dorthin gehen? Die haben jetzt das hoffentlich gelernt. Ich muss nochmal speichern. So, dann machen wir das mit dem Sarantischen Nacht. Mal schauen, ob wir ein Achievement bekommen. So, was haben wir sonst noch? Zuerst einmal, es scheint, dass die da kein Ding einnehmen. Gebiet. Burg Almere. Gucken wir mal nach. Feindlich mit den Chibitin. Was ist Chibitin? Chibin? Wir müssen kurz hin, hä? Ich glaube, die greifen wieder an. Conat Kerr geht zu... Rhodox. Nein, das ist ein Sarantische Sultana. Da ist niemand gewesen. Chibitin. So. Okay. Scheinbar ist hier nirgendwo etwas. Hier ist aber etwas. Emirin. Der ist jetzt oben durchgegangen. Okay. Wird überfallen. Komm schnell, wir müssen dorthin. Unbedingt. Ein mittlerer Feindtrupp. Ich werde jetzt auslöschen, die ganzen Nords. Das ist der... Das ist der, der bei mir war. Ihr Ruhm halt heute hier voraus, Monika Basler. Ja, Rejek mag auf eure Tricks hereingefahren sein, aber wenn ihr gegen mich antretet, seht ihr einen weit größeren Feind ins Auge. Wir werden bis zum Ende kämpfen. Sie kommen. Diese Pfeifen. Sie sind grün. Sie sind grün. Was? Hilf mir doch mal, bitte! Einfach helfen. Nein! Nicht be- Nicht...äh... behindern. Ah ja 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 ja. Diese Pfeifen behindern mich immer und niemand hilft mir. Niemand. So unfair. Ja, Waffenknecht sterbt halt. Immer diese Leute die geradeaus gehen und nicht mehr wissen wohin. Wie zum Beispiel ich. Wir haben starke Truppen. Beziehungsweise ich habe niemanden, der vorbeikommt, also keine Unterstützung vorbeikommt. Klingenschwester, nein! Boah, das Pferd. Spackterum. Jetzt tu mich nicht behindern. Das ist... Immer diese... Reingehen in meine Zone des Schlagens. Ich kann nicht drüber. Was ist denn das? Ich kann einfach nicht drüber. So, jetzt. Mann, meine Truppen sind nie angekommen. Das ist so böse, das Spiel. Getötet, getötet. Getötet, 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 getötet. Siegen getötet, ja. Ey, die schaffen es immer. Ich habe mich befreit. Dafür stehe ich auf ewigen Neuro-Schutz, mein Freund. Sieben. Sieben. Er gewinnt ein R. Boah, wie viel haben wir befreit? Hahaha. Nochmal einen. Darum ist er sogar stark gewesen, weil er so viele Truppen besiegt hat. Jetzt haben wir ganz viele Ritter geholt. Das reicht, hoffentlich. Wir bekommen kein Ding über... Das ganze Dorf hat sie über... bekommen. Ja, klar. Ei, ei, ei. Das ist nervig, hä? Okay. Gehen wir mal nach Dirim. Die sind jetzt so extrem böse auf mich. Ich weiss nicht, ob ich das überlebe, also... Ob ich das überhaupt, ähm... Das Dorf, weisst ihr, ja. Ob ich mit dem Dorf... noch irgendwie... noch irgendwie... Probleme bekomme. So. Wie geht's, ähm... diesen... Unbeachtlich. Also besser als Durchschnitt, oder was? Wen haben wir hier? Den Knudar wieder. Klaugus, genau. Klaugus, haha. Tredian. Tredian. Ich weiss nicht, welche Queste ich von Klaugus habe, aber... Pff. Klaugus. Banditenversteckzöten. Waldbanditenlager, stimmt. Ja, machen wir dann. Wir müssen jetzt hier runter. Derchios. Ja, ich werde die auch noch besiegen. Ich hab keinen Bock, mich immer da irgendwie... zu revanchieren. Graf Fries. Deserteure haben wir. Okay. Ich geh zurück. Ich geh jetzt in die Wüste. Knudar. Also er war... weiter weg. Ja... bisschen weiter weg. Ich hab ihn nicht gesehen, aber... ich... hm... Aber es ist toll, es ist richtig toll, das Spiel manchmal. Auch wenn wir jetzt eben wieder ein paar Probleme hatten. immer dieses Scheiss-Rektor. Immer dieses... immer ähm... Treffer-Feedback. Es ist einfach zu lange und hart. Das ist das Nervigste. Ich hab früher wirklich manchmal ganz alleine gekämpft, ohne Truppen. und ich bin immer wieder gestorben. Wegen diesem... Treffer-System. Es geht einfach... Also... Ja... Die Waffen sind zu schnell. Sie sind zu... Heftigst und so weiter. Reiodin wird nicht länger belagert, ja. Gut. Also in der Wüste. Ich geh mal einfach dort, wo der Sand anfängt. Ist hoffentlich die Wüste. Werden wir einfach mal eine Nacht überleben... äh... übernachten. Und dann sofort wieder zum Dorf zurück, hä? So, jetzt. Ja, äh... Lager. Eine Zeit lang hier waren. Ja, Tradeon, den haben wir auch gewählt. Ähm... Es passiert nichts. Scheinbar ist nichts passiert. Können wir dann zum Singles auf. Aktion. Hm. Keine Ahnung. Also es funktioniert nicht. Ich weiß nicht, die Achievements, die funktionieren irgendwie. überhaupt nicht. Oha. Jetzt wird natürlich zurückvergeldet. Jetzt. Oh. Heftigste. Sheet. 152, der König. Hm. Ja, und da bleibt einfach jemand. Hat einfach nicht bemerkt, dass er... Ja, eingreifen muss, helfen muss, tja, die wollen kein Geld für meine, für die Leute von den Nords, was sollen des Nords, hm, keine Ahnung. Also, jetzt gehe ich zurück nach Elme, hm. Burg Almela wird nicht länger belagert, Lejadin wird nicht länger belagert. Ne, Lejadin ist schon wieder belagert worden, ich verstehe das manchmal überhaupt nicht, die Kai ist einfach nur schäbig, dumm. Oh, Vajda wurde angegriffen, Vajda ist irgendwie hier in der Mitte, Vajda, hm, was Basek gehört uns? Ist doch auch falsch. Gehört das zu Kuro? Ich hab keine Ahnung. Ja, Gizim geht es wieder besser. Nein, geblendet immer noch. Wo ist jetzt diese Stadt? Da ist Vajda, stimmt. Okay, ich wusste, ich kenn's. Also, Eme, habt ihr eine Quest für mich? Wenn nicht, dann muss ich noch kurz das Banditenlager-Ding. Ja, Eme gibt's schon viel, viel mehr. Ich beschütze Eme. Ah, da kommt wieder einer. Hahaha, haut schon ab. Ha, haut schon ab. Dieser Feigling. 31 Tage. Jetzt haben wir 52 Euro wieder Potation. Potation. Gut. Nichts. Is in the field and she should be close to Eme at the moment. Er befegt momentan 80 Männer. Ich hab aber mehr gesehen. Wie viel haben wir gesehen? Ah, weniger. Reek, du Feigle. Er will aber uns, er will das Dorf angreifen. Also, ich hab keine Chance. Wisst ihr was? Wir gehen hier außen herum. Ja, wir können's nicht. Dieser Feigling ist nicht genug schnell. Wir müssen so sie die Truppen noch ein bisschen leveln. Deshalb machen wir das mal kurz. So. Ich habe mich darauf gefreut, euch wiederzusehen. Eure Tricks werden mich nicht ein zweites Mal foppen. Und euer Gewinzel und Gnade wird Musik in meinen Ohren sein. Ergehebt euch oder sterbt. Frecher Hundling, ich werde euch zerquetschen. Ich glaub eher, ich werde dich zerquetschen. Angriff. 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 Ich habe mal gehört, die Nords haben mega Vorteile, weil sie nur Nahkämpfe haben. Aber ich sehe nichts davon. Jedes so kanadische Kergit hat einen Vorteil, weil Reiter einfach zu stark sind. Null, Null verletzte. Cool. Hoppla. Ich bin so ein besser Let's Play. Ich wübs, meine Let's Plays, das geht mir gar nicht. Das ist meine Krankheit. Da muss ich immer rülpsen. Nein, nein, von wegen dem dünneren Hals, den ich habe. Ausgedehntere Hals von außen, innen, dünner. Deshalb muss ich viel rülpsen. Tut mir leid. Die Siegesmusik ist immer noch an. Lüpsen ist ja das Schönes. Bedenkt, man hat früher immer gerülpsen. Man kann die halt nicht treffen, weißt du blöde Frau. Genug. Heute gewinnt ihr Hundesohn. Ach, die Schande. Waffe. Nochmals eine Waffe. Sehr gut. Wir bekommen immer gute Waffe. Überher. So. Okay. Danke schön, meine lieben Damen. Meine lieben Damen, ihr seid so gut. Wege, ihr Wache. Rodok-Arm schützen. Fiorentis. Hast du ein Level Up? Schön, schön. Stärke natürlich. Ähm. Mal kurz schauen. Ja, einhändig. Okay. Bei ihm müssen wir aber danach noch das Ding, ähm, Waffen kunden. Hm. Was haben wir hier? Waffenmeister heisst das? Okay. Was haben wir hier? Ähm. Wir haben ja Wendigkeit gesagt. Damit wir Waffenmeister. Steht das nicht, wie viel wir brauchen? Bis 500 geht's vielleicht. Eventuell. Ja, da haben wir noch genug übrig. Schön. Oh, die müssen so viel einstecken. Das ist gewaltig. Die armen Nords. Herr Salit, was machst du denn hier? So. Dann werden wir mal verkaufen, hä? So. Dann werden wir mal verkaufen, hä? Hm. Niemand. Ja, ja. Wir müssen nach EMA zurück. Schauen, ob hier nochmal ein Ort ist. Sonst müssen wir nämlich das Banditenlager noch ausrechnen. Aber das machen wir im nächsten Part, hä? Okay. EMA, bitte. Etwas noch. Geben. Eine Quest geben, bitte. Okay. Immer noch durchschnittlich. Das ist immer noch so ein winziges Dorf. Hm. So ein Scheiß, ey. Nie Quests. Ei, 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 ei. So, jetzt sehen wir auch wieder ein bisschen etwas. Jetzt können wir mal kurz schauen. Ja, ich muss nochmal speichern. So. Grafrochebate. Haha, hat's wieder erwischt. Das ist ja der, den ich immer noch Feindseligkeit habe. Also, dann gehen wir direkt dort in Envalding. Oh, dort muss es sein. Ja, Alturi. Ja, von kann ich einfach in Ordnung so kommen. Svadien. Gefangen genommen. Hm. Hey, du da. Despin. Bis hast du so wenig Truppen. Genau. Ich habe ja einen Olaf. So. Wieder ein bisschen Reputation machen. Okay. Irgendwo muss denn das sein. Wieso gehe ich nach links, wenn ich hier hin will? Oh. Diese Abkürzungen, die keine sind. Da ist sicher das Banditenversteck. Ja, ja. Panzerquitter, Herr Alias. Ich glaube, ich muss den König mal wechseln, hm? Sagt, wo ist und euer Versteck, hm? Wo ist euer Versteck? Wo ist euer Versteck? Hier, Pfeifen! Levent wir die wieder ein bisschen. Heftigst wie viele Road Dog Armbrustschützen wir haben. Ha. Genial ist. Vielleicht ein bisschen von der Entfernung abknallen. Bundo Cutten. Weib an den gedöten. Chimera. Die werden langsam richtig stark, hm? Wir haben einen besiegt. Wir haben einen getroffen. Das reicht für diesen Kampf. Heftigst. Ja, wir sind gut im Zielen langsam, hm? Was ist denn eigentlich möglich? Das muss ja mega... Da muss ja mega viel möglich sein. Und auch das Level aufgestiegen. Okay. Sension möchte ich nicht haben. Ja, irgendwo muss das Banditenlager doch sein. Wo haben wir das Banditenlager? Nur noch zwei für Talbell. Irgendwo hier? Vielleicht hier? Ich glaube hier. Hier ist's. Ja, hier ist's. Sehr gut. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Also werde ich ein paar... Bombendruck hat noch einen erledigt. Jetzt müssen wir schauen, dort hinten haben wir wahrscheinlich noch einen Gondit. Da haben wir noch zwei. Okay. Pfeife. Ich habe keine Pfeile mehr oder was? Ja. Hier gibt es Geschnitzelte. Dann mach die mal tot. Ich mach den hier hinten tot. Das Pfeife hat wieder verschlafen. Okay, sind wir noch weit vorne irgendwo. Wie viele Leute haben die eigentlich hier drin? Keine Ahnung. Ah, da haben wir noch einen. Da ist keiner. Da ist einer. Ich war schneller. Schmierer. Du mit meiner alten Axt. Butter. Ja. Boah. Wie viel Schrott die hier drin haben. So, Dele. Gehen wir mal nach Uxal. Und schauen wo der Gnuda ist. Klagos, okay Klagos, Gnudar gibt es doch auch, das ist auch in unserem Reich glaube ich, ja, 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 gehen wir nach Uxalen, hier niemand ist, so. Okay, ich sollte jetzt eigentlich den Park beenden, aber ich mache noch ein bisschen, hehehe, der Spin ist wieder hier, ich möchte gerne kurz, der Delina ist hier, ja, haben wir, oh, Delina ist schon 20. Ähm, wie heißt der schon wieder, Sklavos? Wo, Gnudar, Suno? Ja, Gnudar, äh, ja, wir gehen einfach nach Suno. Suno. Perenz. Perenz. Hm, Luluns. Mitlehrt in Ibiran. Oh je. Noch kurz in die Schenke schauen, unbedingt. Äh, okay. Also, wo bist du, Gnudar? Hm? Klagos, ah. Klagos. Ibiran, okay. Hm. Toll. Ja, das werden wir im nächsten Part dann sehen. Dankeschön fürs Schauen. Ja, bis morgen. Tschüss. Dooku. yes. Also, auchสcasek存itas Gott. 食 posted, zapast tudo der Matte. Auch die Theybnisse. unified. Untertitelung des ZDF, 2020